moin moin und herzlich willkommen zurück zu starfield wir sind ja mit sarah hier noch unterwegs jetzt müssen wir was hatten wir jetzt noch mal gemacht sprich mit warlord oder töte warlord genau müssen wir ihn jetzt ja den warlord mal suchen damit wir hier mal auch mit der quest vorbereiten kommen wir machen ja jetzt aktuell erst mal die kleinen quests kleine aufgaben und ja ich versuche auch aktuell mit den folgen hinterher zu kommen weil ich jetzt auch paar tage krank war und aktuell nicht wirklich gut hinterher kommen hätten aufnehmen und schneiden und so weiter und hochladen also wenn jetzt erstmal paar tage hin und wieder mal eine folge ausfällt keine sorge die kommen ich muss nur hinterher kommen mit dem mit dem aufnehmen und so weiter hier müssen wir hin euphorica hier müssen wir jetzt den warlord suchen diese trottel sind nicht so ehrenwert wie die freestar ranger das ist warlord das ist noch da reden wir mal mit dem und so wird es auch bleiben wenn dieser alte zyklop bei verstand ist magst du kunst klar ich mag kunst frank rennig will eine entschädigung für die für die sache mit sticks du hältst dich für einen künstler warum bist du so gerne hier bist du in einer gang ne ich glaube nicht warum bist du so gerne hier wir fühlen uns im euphorica zu hause und mit wir meine ich killer schläger und diebe ich habe schon länger keinen mehr umgelegt jemand ist also fällig und du hältst dich für einen künstler nur mit einem messer in der hand ansonsten sprühe ich bloß frank rennig will einen entschädigung für die sache mit sticks du gibst das also zu und warum hast du sticks deinen tag verpasst was ist mit deiner crew passiert dieser freak hat es dir nicht erzählt dachte er würde über nichts anderes reden wir wollten seinen shop aushauben da hat dein kleines spielzeug drauf losgeballert wir haben gute disciples verloren eigentlich sollte dieser freak mich entschädigen warum hast du sticks deinen tag verpasst ist doch clever hätte ich ihn zerstört wäre das nur halb so schlimm gewesen also habe ich eine dose gezückt und ihm einen tag verpasst jetzt darf dieser zyklop mein kunstwerk hat einen tag du gibst das also zu ist das ein problem falls ja passt lieber gut auf deine eingeweide auf du wirst die schäden bezahlen und warum sollte ich das tun ja wenn mir solltest du es lieber nicht verschätzen rück die kohle raus rennig ist nicht ganz richtig gekommen willst du ihn wirklich zum feind haben die sache muss ein ende haben hast du nicht schon genug von deiner crew verloren ich versuche mal das hier meine crew ist der grund warum ich weitermache dieser zyklop muss sterben bezahl endlich sonst wird es unschön komm du blöfst nicht oder nee ich weiß das ist eine möglichkeit das hier zu überwinden bezahl einfach und dann lasse ich dich in ruhe ihr habt genug mit den strikers und vergeudet nicht noch Zeit auf rennig ich würde das hier mal machen mit mir solltest du es lieber nicht verschätzen rück die kohle raus wir finden bestimmt eine lösung ja, kenn ich schon gut dieser zyklop ist mir egal aber mit dir lege ich mich lieber nicht an immerhin alles klar konnten wir friedlich klären ich will hier raus konnten wir friedlich klären und der lässt dann rennig in ruhe so die richtung wenn wir es war schaden riss das wird er womit die aurora gewinnen kann es sein ich muss da lang was ja ist ein riesen schritt auf jeden fall keine ahnung worum es ging aber was ist mit ihm er heißt einfach nur bürger okay also nicht relevant was eigentlich schade ist so warlord wird dich nicht mehr nerven sehr gut hoffentlich hat er gelitten tatsächlich war er ziemlich ruhig er meinte er würde aufhören bringt nichts jemanden zu treten der schon am boden liegt tatsächlich war er ziemlich ruhig du warst zu nett zu ihm aber kein wunder dass er eingeknickt ist trottel wie der werden es nicht mal mit einer kugel im hintern begreifen danke ich werde es stückst neu lackieren und wachsen lassen er wird so gut wie neu aussehen ich verstehe dich schon du willst es einfach vergessen wollen hilft da nur leider nichts ich verstehe ihre frage leid sarah ich will mit frank reden das versteht niemand saburo okka dickbo hat immer noch ein angeboten auf solche almosen kann ich verzichten aber ich dachte ich dachte er warte mal äh saburos lösung verteilt die flyer an die händler in neon aber aber mit wem sollten sonst noch reden ist region apartments will ich ja jetzt nicht hin hatten wir mit ihm schon mit ihm hatten wir auch schon gibt es hier noch gibt es hier noch mehr händler mit denen man sowas machen könnte hier mit ryujin ging das ja nicht ähm hier vielleicht lagrance lickers kleiner tipp falls du den namen benjamin bayou hörst sollten wir uns rasch verziehen ach hier er genau den bald fließt das aurora wieder und wir schwimmen in credits hier für dich dann gib schon her ich seh's mir an wenn ich zeit hab ok einen haben wir schon mal willst du vielleicht noch etwas blend für unterdruß also ne danke äh einen müssen wir noch finden einen müssen wir noch kriegen von den händlern damit wir mit saburo reden können unseren quest abschließen gehe ich mal von aus ähm ich hier nicht er schon wieder trade authority er nicht sie wollen ja nicht siegharz outfitter können wir hier vielleicht auch noch machen ja er genau ich habe willkommen bei siegharz outfitters halten von neon security fern die hatten wir hier schon hatten wir hier schon oder äh kann man bei dem nicht boah ich erinnere mich gar nicht short and eggland hatten wir ja auch was denn hier das emporium terror brew hatten wir äh ging ja nicht gelb eng so da da ist dein blödsinn prellung erlitten toll was ist das neon security enhance gehen wir mal da hin fau mal da an wie das äh ob das hier klappen könnte hier die gute dame page aufwarten wenn du es leid bist jeden morgen dasselbe gesicht im spiegel zu sehen und nach einer veränderung suchst können wir dir helfen unsere hochmodernen maschinen arbeiten mit einer patentierten technik die deine gesichtszüge umformen oder dir neues haar verpassen können für eine geringe einmalige gebühr kannst du dich optimieren und dir ein lächeln auf dein neues gesicht zaubern äh ich möchte nur einen flyer abgeben ich sehe es mir an aber mache keine versprechungen okay haben wir alle wenn du ein neues aussehen suchst ich helfe gern okay alle verteilt gehen wir zu saburo zurück und suchen äh ich hoffe der hat jetzt so okay jetzt kann ich wieder reden ähm ich hoffe das gibt aber gute erfahrungspunkte und vielleicht kommt noch eine folge in quest wäre auch nicht schlecht hätte ich auch wieder Bock äh ich erwarte also dass du dich benutzst äh saburo äh ich habe alle flyer verteilt mhm ach das war es hoffentlich bis bald ich freue mich immer dich zu sehen okay äh Kevin Lucian haben wir jetzt die Quest offen warum was ist mit der was ist das für eine Aufgabe also wir müssen mit ihr sprechen aber zur Appside müssen wir jetzt bin ich neugierig was das ist äh wo das mich hinführt äh was das macht wenn das hier ist ein Neon ach stimmt die eine Dame von unten vielleicht vielleicht ist das jetzt soweit dass wir hier mal weiterkommen ja ja hier stinkt's aber immerhin so auf zur unterstadt und gucken wir mal was da gibt's also ob die jetzt mit uns reden will nur ein ruhiger Tag so ist die jetzt in der Muse wir unterhalten uns irgendwann morgen lass mich bitte in Ruhe hä ja ja natürlich verzeih mir bitte dass ich meine Manieren vergessen habe schau dich gerne um ähm die hat auf jeden Fall hier ein Baguette schön leckeres Baguette aber ich glaube das wird mit dir nix dann machen wir mal eine andere Quest so fischige Geschäfte bewirbt ich habe einen Job bei Xenofresh Fisheries Janik Legrand braucht Aurora um nee das lassen wir noch alle für einen spricht mit äh Dietrich Sieghardt das ja auch noch hier dann können wir das hier machen alle für einen wenn das alles hier ist dann können wir vielleicht auch noch äh mit der guten Dame hier ist nochmal schaffen Prognose verbessert Prellung nice schade dass ich aus dem Fisch kein Aurora rauskriege ja die und ihr Aurora ja die und ihr Aurora ja auch mich wird so Alter warum labern die mich alle hier voll sieghardt Outfitter ist da voll nicht rein so so äh sprich mich gerne an James Neville will nicht dass du Schutzgeld an Neon Security zahlst mir sind mir sind James Einwände bewusst auch darum gehe ich nicht zu den Treffen aber wenn ich Dexler nicht bezahle war es das für mich dann muss ich der Allianz nicht mehr beitreten mir bleibt also kaum eine Wahl sollen die sich mit der Neon Security anlegen ich muss meinen Lebensunterhalt beschützen Neville meinte dass eine vereinte Allianz Neem Security die Stirn bieten könnte es kann dir nicht egal sein äh dass Dexler von deinem Geschäft profitiert die Händler blicken auf dir zu äh auf zu dir sie brauchen deine Führung wer ist Dexler? was hältst du von der Händlerallianz? in New Atlantis würde sie funktionieren aber wir sind in Neon hier herrscht die Korruption was soll eine einzelne Allianz dagegen schon ausrichten? ich will niemanden entmutigen aber ganz ehrlich es hat keinen Zweck und wer ist Dexler? Owen Dexler ist Chief der Neon Security doch ihm geht es nur darum ehrlichen Händlern das Geld aus der Tasche zu ziehen aber er ist nicht der Einzige ganz Neon ist korrupt wer hier überleben will muss nachgeben die Händler blicken auf zu dir sie brauchen deine Führung wirklich? ja das wusste ich nicht ich auch nicht naja früher sahen sie mich mit Respekt bis ich anfing das Schutzgeld zu zahlen aber wenn ich Dexler nicht bezahle war es das für mich das müssen sie doch einsehen Lügen Rosa Neubel hat gesagt du wirst nie so tief sinken Schutzgeld zu bezahlen ich denke du sollst die Zahlungen einstellen äh ich versuche mal zu überzeugen und warum? es muss doch einen Weg geben wie wir wie wir hierbei das bringt doch gar nichts du wirst sowieso damit aufhören warum wärst du dich also noch? irgendwo muss man damit anfangen die Korruption in Neon zu bekämpfen du glaubst also wirklich dass die Händler-Allianz Dexler Paroli bieten kann? ja vielleicht war ich zu voreilig ok ich bin überzeugt ich werde Dexlers Sicherheitsgebühr nicht mehr zahlen und sag nur dass ich zum nächsten Treffen komme vielleicht bringe ich sogar was zu knabbern mit mit leerem Magen kann man so schlecht standhalten ok äh also vielleicht können wir hier die Korruption wirklich äh zum Erliegen bringen vielleicht können wir helfen ich glaube da wird auch wahrscheinlich dann irgendwie noch eine Folgequest kommen dass Dexler irgendwie da stinksauer deswegen ist und dann werden wir zur Hilfe gerufen boah wäre mega wenn das dazu kommen würde hier James hast du Lust was zu kaufen? äh Dietrich will die Zahlungen einstellen na sowas und dafür musstest du nur mit ihm reden? manchmal reicht das eben ähm es braucht ein bisschen Überzeugungsarbeit aber er hat es eingesehen das bezweifle ich nicht der Typ ist schleimiger als ein Rissbarsch nun hör schon auf wenn Sieghardt dabei ist reicht mir das völlig ja guter Punkt danke für deine Hilfe kein Thema äh endlich ist die Händler Allianz vereint ob wir in dieser Stadt je eine faire Chance bekommen aber es ist ein Anfang äh kein Problem sagt Bescheid wenn ihr Hilfe braucht äh ich kümmere mich dann um Dexler sprich mit Catherine Lucian schon wieder gibt es hier noch mehr der Motor war der Größe hol ein Velocity für Gladys Präventivmaßnahme Mantis Undercover der große Laredo Kuh sprich mit dem Mädchen äh guter Wolf sprich mit dem Unterhaus mit Amira Wolf wo der Unterhaus Hilfe brauchen könnte vielleicht sollte ich mal mit ihr reden ich glaube das war ähm Dingens hier muss ich auch noch woanders hinfliegen ähm das ist auch woanders sofort fällig ein Licht in der Dunkelheit finde neue Stories für SNN ja ja okay so Borealus suchen wir den mal auf das ist sogar auch noch hier Neon das ist nicht schlecht wenn es hier auch ein Neon ist in der Astral Lounge okay dann suchen wir das mal auf geh weiter ich habe auch vor weiter zu gehen ich weiß nicht was das ein Problem ist immer andauern dass die mich hier mal anquatschen aber okay Bethesda spiele Bethesda spiele halt hier quatscht jeder wir hatten der Astral Lounge einen Besuch ab das versteht sich von selbst oder okay Borealus ist im VIP-Balkon okay also nach oben so 16 Meter wahrscheinlich wahrscheinlich hier das ist er oder sie Borealus auf jeden Fall hallo ich will reden sorry ich gebe keine Autogramme äh ich möchte kein Autogramm ich könnte zahlen ich wollte dir meins anbieten ich möchte kein Autogramm ja okay cool cool die meisten Leute die mich ansprechen wollen nur ein Autogramm oder ein Bild und wenn ich die ganze Nacht gemoddet habe nervt das äh du musst dich gleich so aufbrausen das ist wohl der Preis des Rooms du sollst dich glücklich ich schätze nur so viel Fans zu haben Morten was ist das die Beats programmieren an den Knöpfen drehen hallo aufwachen du musst dich gleich so aufbrausen ja du hast recht sorry ich bin einfach nur echt angefressen was ist los meine Musikslate ist weg komplett verschwunden ich hatte alle meine neuen Songs auf dem Ding und jemand hat mich abgezockt mega ätzend ähm wie ihr könnt ihr helfen oh man wow das wäre so cool ja bitte ich dachte mir doch dass du eine ganz okaye Aura hast wenn es hilft die Musik am Laufen zu halten ist das den Aufwand wert keine Aurora ich will nur bezahlt werden äh warum ist die Slate so wichtig was genau befindet sich auf der Musik Slate Songs Lyrics Gedichte alle meine Gedanken im Grunde drei Jahre voller Zeug ich kann nicht einfach alles neu schreiben die Inspiration ist manchmal sofort wieder weg längst vergessen deswegen schreibe ich alles auf fühle ich ich fühle das auch ähm warum ist die Slate so wichtig ja das wissen wir aber frag kurz mal ich lege jeden Abend in der Lounge auf ich kann also nicht ständig immer dasselbe Set spielen ich muss den Leuten neues Zeug bieten okay wenn es hilft die Musik am Laufen zu halten ist das den Aufwand wert wäre also cool wenn du irgendwie helfen kannst klar ich sehe zu wie ich helfen kann und falls du einen Hinweis suchst red mit Maika in der Bar im Euphorica die ist eine wandelnde Gerüchteküche aber ich muss mir jetzt mal überlegen wie meine Setliste aussieht wir sehen uns okay äh hast du eine Ahnung wer die Slate geklaut haben könnte naja die meisten Leute hier sind Fans und die sind entweder voll zugedröhnt oder stehen einfach auf den Rhythmus also bleiben Sammler Konkurrenten oder einfach ein Dieb der ein paar Creds verdienen will kein Plan die Leute klatschen auf alles ein Preisschild auch auf Musik und die Sterne wenn der Preis hoch genug ist zieht man Leute mit miesen Vibes und langen Messern an und irgendwann schneidet man sich dann wie bist du uns Musik geschnappt gekommen ich mache Musik seit ich 10 bin mein Vater hat mir ein altes elektronisches Keyboard vererbt und ich hab mich in das Ding verliebt mit 15 hab ich meinen ersten Track produziert und mit dem Clubhopping angefangen ziemlich jung aber mein Vater war mein Manager und Aufpasser vier Jahre später bucht mich der angesagteste Club in den besiedelten Systemen echt verrückt okay so kann man auch ein Dingens beenden einfach wo muss ich hin hat sich da was aktualisiert und ich hab keine Aktivität superfan sprich mit Maike ah okay komm ich springe hier einfach runter macht mehr Sinn ist mein Jetpack kaputt oder so geile Aussage alles klar geht nix okay dann nach AppSide und mit Maike noch mal Quatsch oder Mika Mika ist mein Jetpack kaputt ich sag jetzt Maike ah Warlord ist weg bereit zum entspannen willkommen bitte mach's dir gemütlich möchtest du etwas trinken oder hast du vielleicht Lust auf unsere Mitgliederlounge wo du in Ruhe dein Aurora Erlebnis genießen kannst die und ihr Aurora ich brauche keinen besonderen Ort um Aurora zu möchte nur entspannen und einen Drink genießen äh kannst du mir mehr über diese Mitgliederlounge erzählen die Gäste entscheiden sich für unsere Lounge weil sie die Freuden des Aurora in einer entspannten Atmosphäre erleben möchten es gibt keine laute Musik keine Menschenmengen kein Chaos die Stimmung ermöglicht eine vollkommen achtsame Selbsterkundung mhm ähm ich brauche ich benutze das ich mag da muss ich widersprechen unsere Mitgliederlounge wurde für genau diesen Zweck konzipiert es handelt sich um eine sichere und überwachte Umgebung in der du dein Aurora ohne Furcht vor Störungen genießen kannst so etwas ist in Neon selten wenn du Zugang zur Lounge haben möchtest kannst du ihn für einen absolut angemessenen Preis erhalten ansonsten kannst du dich gerne entspannen Musik hören und vielleicht einen Chimera trinken äh was ist ein Chimera ähm glaube ich lass das mit der Mitgliedschaft erstmal was ist ein Chimera eine alkoholische Spezialität die nur hier im Euphorica serviert wird du wirst ihn bestimmt mögen äh bietet der Zugang zum Mitgliederlounge noch andere Vorzüge du kannst nicht nur eine der exklusivsten Aurora Lounges in ganz Neon erleben sondern erhältst auch Zugang zu unserer privaten Bar der Barmann dort ist ein Freund von mir und verkauft ziemlich einzigartige Dinge äh ich glaube ich lasse mit der Mitgliedschaft erstmal sein ich suche noch Informationen bezüglich einer geklauten Slate sie gehört eigentlich äh Boreal Ass aha so wird das auch gesprochen äh woher weiß ich dass mir die Info auch hilft wenn du hinter der Bar stehst sind die Gäste oft ehrlicher als sie eigentlich wollen außerdem sind Infos nicht wie Drinks es gibt keine Kostprobe mhm und warum sollte ich dir was zahlen die Gäste in meiner Bar erwarten ein gewisses Maß an Verschwiegenheit ich missbrauche ihr Vertrauen nur ungern ja okay hat ja okay äh dann hier oh die nächste war ähm was für eine Art Mensch ist Stratus er ist eines dieser Arschlöcher die Madame Sauvages Stammgast sind und er ist ein glühender Verehrer von Borealis und ihrer Musik würde mich nicht wundern wenn er sie aus diesem Grund bestohlen hat Fans wie er fühlen sich durch solche Reliquien dem Objekt ihrer Bewunderung näher Borealis wird es ausgesprochen okay Mögen all deine Reisen sicher sein okay also Borealis obwohl Oster dahinter steht alles klar ähm Aussprache muss ich noch üben wie man es richtig ausspricht ne hier ist falsch äh da lang diesen Weg Richtung auch falsch ja eh wo muss ich hin äh nach oben und auf der anderen Seite wieder runter oder stehst du auf Parkour oder so ja tue ich tatsächlich wieso kann ich jetzt hier nicht durch da war es auch ganz kurz da ich wollte schon sagen so und dann hier entlang ernsthaft ich komme doch gerade von der Appseite hä die Wegfindung hier manchmal so hier haben wir äh warte Appala da hat es kurz hängen geblieben überzeugt Streiters dir die Slate zu geben äh beschafft die Musik Slate äh Michael meinte ich soll einen äh Superfan namens Stratos danach nachfragen da ist er doch okay also da ist er Stratos ich auch ich auch auch ein Fan von Borealis sie hat die besten Vibes und ist ein Biest mit den Beats ich stehe auf sie der wirkt Hi ich brauche bloß bisschen mehr Aurora um mit der Welle zu nicken eins mit der Atmo klingt klingt als wirst du ein ziemlicher Fan von Borealis ja und darum will ich auch nicht hier sein sondern in der Astral Lounge ich muss einfach immer hier sein bei ihr aber ich muss einfach drauf sein um Borealis zu hören ohne Aurora kann ich nicht mit ihr fliegen äh du bist also echt ein Fan von Borealis ein Fan alter ich bin viel mehr ich verfolge ihre karriere seit ihren anfängen ich kenne jeden Song jeden Text und jeden Beat ich könnte dir auch sagen wie viele Haare sie auf dem Kopf hat falls dich das interessiert verstehe mich nicht falsch ich bin kein Freak oder so nein nur nicht auf ihre Musik auf zellularer Ebene checkst du das mein ganzes Leben besteht nur daraus diese Frau zu verfolgen ich kenne sie wahrscheinlich noch besser als sie sich selbst äh was gefällt dir so an der Musik von Borealis ich die meisten Beats sorgen für blitzende Farben und die Welt löst sich in Wellen doch bei Borealis tanzt die Aurora auf unvergleichliche Weise ihre mods erschaffen ein Farbspektrum das nicht existiert wenn man drauf ist reitet man die Welle bei den hohen Tönen nicht bloß man lenkt sie äh jede Musik ist ohne in Ordnung würde ich mal sagen in Ordnung willst du dich etwa mit mir an legen falls ja klappt es wunderbar die mods von Borealis sind ein Erlebnis jede Note hebt dich wie eine Hand sanft empor hinein in die Zone und der Gipfel der Musik fühlt sich an wie eine neue Daseins Form Alter ich wäre ich Borealis ich hätte Angst vor dem Typen wirklich die gebe ich dir auf keinen Fall vergiss es Alter dieser Slate bringt mich ihr näher als ihr größter Fan habe ich mir das verdient äh und wie konntest du nur dein Idol bestellen doch Borealis sagt immer ihre Musik gehört den so funktioniert das nicht ich glaube nicht dass das vor Gericht stand halten würde wer es findet darf es behalten die älteste regel von allen ich gebe dieser slate nicht her warum sollte ich das aufgeben was mich mit ihr verbindet als Superfan sollst du tun was für Borealis am besten ist Borealis braucht die slate um Musik zu machen du beraubst die galaxie nur kunst neuer kunst ich versuche das hier mal da klappt mir war nicht klar dass sie darauf angewiesen ist Borealis wird dich hassen wenn du die slate behält als superfan solltest tun was für Borealis am besten Borealis wäre dir sehr dankbar wenn du die slate zurück gibst yo das klappt auch ich dachte sie kennt mich überhaupt nicht ich sage es ungern aber du hast recht okay hier ist die aber nächstes Mal will ich eine so geile Mord hören dass mir das herrn explodiert Alter das war bisschen zu nah mit ihm das war mir echt viel zu nah viel zu gruselig der Typ ich hätte ihn lieber angreifen sollen außer Gefecht setzen sollen ihm keine Ahnung Alter der der ist gruselig was traurig ist leider ähm solche menschen gibt es wirklich egal wir gehen wieder zur astral rounge und geben die slate zurück zurück ja tut das bitte nicht für einen kaffee also zumindest nicht für einen kaffee wir gehen wieder hoch zu boreal kommst du sarah so ach ja woher nur ich habe ein fan hatte sie klingt übel tut mir leid dass du dich mit sowas rumschlagen musst das stimmt aber das ist wohl der preis des rooms du sollst dankbar sein ohne fans also man muss schon vom künstler die grenzen einhalten da bin ich auf jeden fall der meinung könnte schlimmer sein liebe kann schön oder hässlich sein manchmal verwechseln die leute beides miteinander letzten endes ist alles noch mal gut gegangen ich habe meine slate also kriegen die leute ihren trip inspiration ist wie eine welle manchmal bricht sie bevor man sie reiten kann darum diese slate sie ist wie eine welle auf abruf ein gefühl danke dass du sie mir zurückgebracht hast ist die musik slate die ich zurückgebracht habe noch intakt es wurde wohl nichts heruntergeladen oder manipuliert ich bin fast froh dass es ein fan war kein konkurrent es wäre übel gewesen das ding zu verlieren ich arbeite an einem konzept track darüber wie man ins zentrum der existenz schwebt ich bin noch nicht ganz zufrieden damit und arbeite noch am feinschliff aber bald lege ich den track in der astral lounge auf danke nochmal dass du das ding gefunden hast ich passe jetzt besser darauf auf alles klar ich glaube ich habe jetzt erstmal für ein Weilchen genug von neon muss ich sagen ich würde vielleicht mal woanders hingehen wollen wir haben ja noch genug andere quests die wir noch machen wollen hier das ist mir der eine dude der hat mir jetzt zu viel angst gemacht sagen mal so dass ich jetzt vielleicht doch lieber woanders hin will wo es wo es vielleicht bisschen unrealistischer ist wenn du thermoparasiten siehst bist du befugt sie zu erledigen so welche quest machen wir dann was können wir machen was können wir machen wir haben ja ein velocity da bei uns im inventar machen wir das einfach mal vielleicht können wir auch für velocity vielleicht lässt die uns auch in diesen einen bestimmten raum dann rein und dann können wir für ryojin weitermachen was wollen die alle ok sie kommt aber auch nicht hinterher so kommt die leiter will ich benutzen und nach oben so das heißt mehr als genug zum beispiel hat cora co eine menge überzähliger bücher nein ich habe erst mehr als genug wenn ich eine super duper überzählige menge an büchern habe das gespräch neu auf jeden fall cool dass es auch solche gespräche gibt dann mal auf ins unbekannte ja es ruckelt mir zu viel gerade ok das dem ruckelt mir ein bisschen zu viel viel zu viel so chayenne da wollen wir hin wir haben doch das ja aber wir haben doch glaube ich einen Velocity haben wir den ja Velocity red ich hoffe das ist der richtige ziel ziel ich will aber dahin hier hier auch keine schmutzbare ok so kann ich da jetzt ok da muss ich noch ein bisschen näher ran damit ich da parken kann sage ich mal andocken aber irgendwie möchte ich auch hier so gerne so eine stern werft haben so eine eigene stern werft das wäre doch was du hast wieder was für mich sarah hast du was gutes für mich nährstoffe hinzugefügt dankeschön wow das bricht mir ein bisschen jetzt das herz dieses tschüss so wo ging es runter da ging es runter selber hey so genau gläder sei versichert dass jeder zentimeter eines trident luxury von mir und meinem personal inspiziert wurde ich habe ein velocity für dich dann bitte her damit das ist also der velocity ja ich muss sagen auf gewisse weis freue ich mich schon darauf mal sehen ob er die hohen erwartungen erfüllt nun denn du hast getan warum ich dich gebeten habe hier ist eine versprochene entlohnung auch wenn das privileg dieses bodengangs eigentlich bezahlend genug sein dürfte halte ich natürlich mein wort nun geh bitte ich habe viel zu tun die zukunft der raumfahrt gestaltet das war's du erscheint ganz schön selbstverliebt tja zum glück ist deine meinung nicht gerade von belang zurück zur arbeit an der zukunft aber warte mal kann ich hier vielleicht doch noch rein ich bin entdeckt wer sieht mich die da hinten aber hier gab es doch noch irgendwo einen weg bin ich vielleicht jetzt schon in der lage da rein was machst du hier okay das ist noch zu wir müssen erst mal Experte werden dann können wir weiter ein bisschen doof es kann sich wohl keiner von uns so ein überteuertes Schiff leisten nee ich habe auch nicht vor hier mir ein Schiff zu kommen dann müssten wir hier uns irgendwo eine andere Quest suchen bis wir haben wir eigentlich nee wir haben keine Skillpunkte okay was können wir noch machen Aktivitäten komm wir sprechen mal mit Clover keine ahnung wo er ist so die Richtung nach Wohli reisen wir nach Wohli Navigationscheck passt wir sind am richtigen ja ein Moment ah nein wieder nach Neon ich komme von Neon nicht weg ich komme von Neon irgendwie nicht weg 50 Abside 50 Absides Trackers ist auch noch hier Quest okay wir haben noch sehr viele Quests hier in Neon wir haben noch sehr viele Quests hier in Neon liegt mein Geduldsfaden ist dünn also halt besser die Klappe ach was ist sein Problem was ist von den allen das Problem warum quatschen die mich alle an Keltkorb so das ist Clover äh das ist nicht die Begrüßung die ich erwartet hatte ach herrje du bist gar nicht wegen Mr. Okadibos Schulden bei Keltkorb hier nein oh ist das peinlich ich fange nochmal an ich heiße Clover McKenna aber nenn mich Chloe entschuldige den Ausbruch äh vielleicht hätte ich ein Namensschild tragen sollen das ist auch keine gute Art potenzielle Kundschaft zu behandeln warum würde dieser Mr. Okadibow Leute einstellen um ihn zu vertreten weiß nicht ich glaube er hat Angst dass ich nicht hier bin und er mit meinem Vater reden muss der noch viel weniger Geduld besitzt als ich vor ein paar Wochen hat er einen armen Burschen dafür bezahlt herzukommen und um einen Zahlungsaufschub zu bitten deswegen habe ich dich so angefaucht ich dachte er macht es wieder das ist aber keine gute Art potenzielle Kundschaft zu behandeln du hast absolut recht ich war total unprofessionell diese Sache mit Okadibow bei der Neon Mining League macht mich echt noch wahnsinnig das muss ein ziemlicher Schlimmasse sein wenn es dich super aufbringt ich will mich nicht in deine Geschäfte einmischen du kommst mir nicht wie jemand vor der dich leicht aus dem Konzert bringen lässt was ist mit Neon Mining League das ist ein Laden auf dem Icuchi Market der Platz neben dem realen Saburo stimmt die verkaufen allerlei Mining Ausrüstung und Rohstoffe ein toller kleiner Laden gutes Sortiment sehr ordentlich der Eigentümer Mr. Okadibow ist ein sehr netter Mann aber seine Ambitionen reichen einen Grafsprung weiter als sein Geschäftssinn das ist so ein ziemlicher Schlimmasse sein Alter die Bilder da hinten äh kannst du mir etwas von Keltkop erzählen wir sind ein Tech-Konzern hauptsächlich auf Mining spezialisiert von unabhängigen Solo-Einheiten bis hin zu voll ausgestatteten Außenpostensystemen wir haben den richtigen Bohrer für jeden Stein ist vielleicht nicht so glamourös wie andere Firmen hier im Gebäude aber es zahlt die Rechnungen mhm würdest du mir mal über deinen Vater erzählen? oh er ist der CEO von Keltkop vom ganzen Laden er behauptet gerne dass er die Firma aus dem Nichts aufgebaut und in weniger als 30 Jahren zu einer Mega-Korb gemacht hat dabei vergisst er nur leider den millionenschweren Treuhandfonds der ihm dabei geholfen hat typisch für meinen Vater und warum willst du eigentlich Chloe genannt werden? weil mein Vater einen miesen Humor hat und ich den Namen Clover nicht ausstehen kann ich meine Clover? Klee? unsere Familie kommt aus Irland verdammt noch überdeutlicher keiner Name eigentlich gar nicht sein haha sehr witzig Dad ja ok dann Chloe hast du die Verantwortung über den Keltkop niederlassenden Neon? vorerst aber eigentlich hat mir mein Vater die Stelle natürlich nur als Test gegeben er will in ein paar Jahren in Rente gehen und ich bin seine einzige Verwandte aber ich weiß nicht ob er mir seine Nachfolge zutraut also schickt er mich aus zwei Gründen hier raus erstens als freundliches Gesicht für Kunden die er hierher einlädt und zweitens ist sein Heißsporn von Tochter so möglichst weit von ihm entfernt der Mann ist echt unglaublich vielleicht könnte ich dir dabei helfen du willst ihm helfen? das ist sehr sehr nett von dir es ist sehr nett von dir dich für ihn einzusetzen es klingt nicht sehr im Sinne der Firma es klingt als würde er dein Wohlwollen ausmögen dass ich für einen Megakorb arbeite heißt ja nicht dass ich kein Herz habe Saburo ich meine Mr. Okadibo ist einer der nettesten Menschen die es gibt vor allem in dieser Stadt er braucht dringend Hilfe aber er ist zu stolz um Geld von mir anzunehmen vielleicht hört er ja auf dich? äh ich werde mit ihm reden ich ziehe es vor um mich da rauszuhalten ich kann seine Schulden hier und jetzt begleichen für seine Beziehung Mr. Okadibo? das ist eine sehr persönliche Frage ich möchte das hier bitte auf einer professionellen Ebene belassen okay äh ich werde mit ihm reden das wäre toll einfach großartig wenn du mein Gewissen von seinen Schulden befreist wäre das toll mich beschäftigt das so sehr ich führe sogar Tagebuch und mach dir wegen der Bezahlung keine Gedanken du wirst nicht enttäuscht versprochen mehr Kenners halten ihr Wort okay äh wie hat er eigentlich so viele Schulden erstmal aufgebaut? er hat den Laden mit Ausrüstung von uns ausgestattet hat jede Menge Geld investiert das er nicht hatte und weil die Geschäfte nicht gut laufen ist er mit seinen Raten ganz extrem im Rückstand es war vermutlich nicht die beste Geschäftsidee auf einer fast völlig von Wasser bedeckten Welt ein Mining-Geschäft zu gründen seine Zielgruppe waren wohl Reisende die in unserem System Zwischenstation machen aber das war ein Reinfall der arme Mann okay mehr habe ich jetzt von ihm nicht ja Saburo der ist echt nett aber der tut mir auch echt leid was das angeht versuch mal äh wie gehen wir zur Dings Lobby ich versuche nochmal mit Saburo zu reden ich will ihm helfen der ist wirklich netter und ich mag ihn der und sehr ambitioniert auf jeden Fall wir haben keine Quest ist aktiv momentan warum der Schuldner finde Clovers Tagebuch überzeuge Saburo den Kredit anzunehmen meine Mutter wollte dass ich Medizin studiere also ich möchte jetzt nicht äh von Clover also von Chloe hier das Tagebuch klauen aber ich würde gerne mit Saburo selber reden und ihm helfen auf jeden Fall dem möchte ich helfen was gibt's schön dass du vorbeischau vielen Dank wirklich ich glaube es gibt in Nihon sonst niemanden der mir mit den Flyern geholfen hätte jo kein Thema übrigens Clover McKenna hat angeboten eine Schulden bei Keltkopf zu bezahlen wie gütlich von ihr aber das kann ich nicht annehmen den Kredit zu begleichen ist meine Aufgabe wenn das nicht geht ist es nun mal so äh du solltest das Geld nehmen komm tut mir leid aber das kann ich nicht tun an Verträge muss ich mich halten die Bedingungen sind zweitrangig hm äh wenn du ihre Kredit nicht nimmst nehme ich sie ne dein Stolz steht dir im Weg nimm das Geld einfach ich habe nur meinen Stolz was sind schon Kredits gegen die Ehre eines Mannes äh Keltkopfdarlehen sind skrupelloser Wucher es ist keine Schande ein Schlupfloch zu suchen die Bank hat mehr als genug Geld es schade niemanden wenn du das Angebot annimmst sei doch nicht so dumm wenn du das Geld nicht nimmst mache ich was kaputt das mache ich nicht das stimmt Keltkopfdarlehen sind skrupelloser Wucher es ist keine Schande ein Schlupfloch zu suchen das stimmt wohl im Vertrag steht nicht dass ich den Kredit durch Verkäufe begleichen muss ähm wenn du die Kredits nicht nimmst nehme ich sie ich gehe erst wenn wir eine Lösung gefunden haben meinst du das ernst ja vielleicht war ich zu hochmütig ich habe immer daran geglaubt dass sich mit aufrechter Anstrengung jedes Ziel erreichen lässt doch in Wirklichkeit braucht man immer Hilfe darum bin ich dir und McKenna überaus dankbar sag ihr dass ich ihr großzügiges Angebot annehme und es irgendwie begleichen werde äh jo mach ich danke doch mal für deine Hilfe bei den Flyern mach ich auf jeden Fall also ich will ihm mir auf jeden Fall helfen aber ich wollte jetzt nicht seine Schulden direkt auf einen Schlag bezahlen weil wir wollen ja selber mit unserem Geld hier noch was machen und erreichen mhm hast du denn nichts besseres zu tun so was will der immer so Kellco hey Chloe Saburo meint du dürftest seine Schulden bezahlen fantastisch ich hatte schon Angst er würde das falsch verstehen gut dass du ihn überzeugt hast ich werde die Zahlung an Saburo unverzüglich in die Wege leiten hoffentlich verzeiht Vater die Verspätung und wenn nicht kann ich ihn entschädigen sobald er in Rente geht vielen Dank jedenfalls hier für deine Mühen 2000 Kred ja okay das geht auf jeden Fall nice dann haben wir den Schuldner auch noch beendet so auf zum Lobby dann würde ich sagen machen wir in der nächsten Folge mal weiter ähm haben wir auf jeden Fall ein bisschen was geschafft und vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao ko ку oder das Chart sch dasцен